Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Vielen Dank. Nach 350 Metern biegen Sie links ab Richtung Leipzig. Biegen Sie links ab. Nach 1,2 Kilometern bleiben Sie rechts. Nach 600 Metern bleiben Sie rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn. Bleiben Sie rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn. Nach 2 Kilometern bleiben Sie links. Nach 2,000 Metern bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Bleiben Sie links. Untertitelung. BR 2018